Hallo, mein Name ist Vincent Orio, ich bin Consultant bei Divideal. Heute möchte ich Ihnen ein leichtes und kompaktes All-in-One System für Industrieeinsatz präsentieren. Dieses System ist von AOS, heißt Promont Scope G3 und kann mit bis zu zwei Köpfen ausgerüstet werden. Das System ist ideal für den temporären Einsatz an einer Produktionslinie, wo man Fehler suchen möchte oder einfach eine Analyse machen möchte. Der Vorteil ist ebenfalls auch, dass man eben bis zu zwei Kameras anschliessen kann, d.h. ich kann dann eine XY-Achse problemlos und schnell abdecken. Die Auflösung des Systems ist etwas knapp über Full HD und bietet dann etwa 80 Frames pro Sekunde. Bei einer VG-Auflösung sind wir dann etwa bei 560 Bilder pro Sekunde. Maximale Frames pro Sekunde sind hier bei diesem System 3000 Frames. Der Vorteil von diesem System ist, es ist portable, sehr einfach zu benutzen, hat eine Batterie von rund 1,5 Stunden, wenn man mit einem Kamerakopf arbeitet oder wenn man mit zwei Kameraköpfen arbeitet, reicht die Batterie rund dreieinhalb Stunden. Diese ist ebenfalls auch auswechselbar. Die maximale Aufnahmezeit des Systems beträgt 40 Minuten bei zwei Kameras und dann, wenn man nur eine Kamera angeschlossen hat, sind es dann 80 Minuten. Sie sehen also, Sie haben genügend Zeit, um High-Speed-Aufnahmen in guter Qualität zu machen und dann auch Fehler zu finden, die man nicht unbedingt so einfach wiederholen kann. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse mit diesem kurzen Video wecken. Sollten Sie Interesse haben an mehr Informationen oder sogar eine Vorführung wünschen, so kontaktieren Sie uns bitte jederzeit. Für weitere Videos, auch von einem detaillierten Video von diesem AOS ProMonstro Coop G3, dann bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Es würde mich freuen, Sie bald wiederzusehen und verabschiede mich.